Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es heiße News über die britische TV-Ikone Katie Price. Seit Februar ist sie wieder glücklich vergeben und zwar an niemand Geringeren als John Joe Slate. Das Paar ist seither unzertrennlich und die Fans spekulieren fleißig. Wird es bald Hochzeitsglocken für Katie und JJ geben? In ihrem The Katie Price Show Podcast hat Katie nun Klartext gesprochen. Ich habe gelernt, Beziehungen langsam anzugehen, nichts zu überstürzen und meine Grenzen zu kennen, und ich weiß, was rote Fahnen sind. Sie betont, dass es erst zu einer Hochzeit kommen würde, wenn JJ ihr die große Frage stellt. Ich würde ihn nicht fragen, ich bin altmodisch und ich persönlich würde wollen, dass ein Mann mich fragt. Doch was sagt JJ dazu? In einem Interview mit der Daily Mail verriet er. Es wäre ideal bei Marit at Fürstsicht gewesen, wenn ich am Altar gestanden hätte und beim Umdrehen Katie auf mich zulaufen gesehen hätte. Es hätte einiges an Zeit gespart, JJ ist sich sicher, ohne ernste Absichten wäre er nicht mit Katie zusammen. Alles, was ich möchte, ist sicherzustellen, dass Katie glücklich ist, sie zu unterstützen und für sie da zu sein, fügte er hinzu. Auch Katis Familie steht hinter der Beziehung. Ihre fünf Kinder sind große Fans von JJ, der rund 14 Jahre jünger ist als ihre Mama. Alle sagen, wie ruhig, sanft und vernünftig er ist. Die Zustimmung der Familie zu haben, ist das Beste, schwärmt Katie. Können wir also bald eine Hochzeit erwarten? Bleibt dran und verpasst keine Updates. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.